Ja, guten Morgen miteinander, das wird mein erstes Vlog jetzt, Grüße an Luca erstmal und ja, ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach Frankfurt zum Flughafen und werde jetzt noch gleich meinen Ingenieur den Ralf abholen und dann fliegen wir zusammen nach Madrid, nach Jarama und dort ist der nächste Lauf von der Formel Renault. Ich bin momentan zweiter in der Meisterschaft und wir gehen jetzt extra testen vorher. Wir wollen natürlich die Meisterschaft noch gewinnen dieses Jahr. Ich werde mich mindestens in Jarama wieder zurückmelden, im nächsten Teil und bis dahin. Also wir sind jetzt gerade in Madrid gelandet. Ich wollte eigentlich draußen in der Sonne den nächsten Teil machen, aber ich fülle mal raus. Das wird leider nichts. Wir haben uns jetzt gerade noch in den Mietwagen gerettet und werden uns jetzt gleich mal auf ins Hotel machen und ich denke, da melde ich mich nochmal zurück. Bis später. Wunderschönen guten Abend miteinander. Wir sind mittlerweile im Hotel angekommen. Wir gehen jetzt noch was essen, der Ralf und ich und ja, ich werde mich dann morgen wieder zurückmelden mit dem zweiten Teil vom Vlog hier aus Jarama. Bis morgen. Ciao. Wunderschönen guten Abend. whoa whoa